Ich glaube, das ist auch ein schöner Schlusspunkt für unseren Webmontag heute, aber bevor jetzt alle rausströmen, möchten wir nochmal die Chance auch nutzen. Ich muss da kurz dein Gerät mal... Johannes, es wäre ganz cool, wenn du nochmal umstöpseln könntest, damit wir noch ein paar Sachen zeigen können. Zum einen möchte ich nochmal aufmerksam machen auf das Barcamp Rhein-Main. Das am 21. und 22. November in Bingen stattfindet. Da gibt es auch noch Tickets zu kaufen. Also schaut euch das an, kauft euch Tickets und geht nach Bingen. Das ist wirklich eine super Sache. Und dann haben wir am 19.11. in Wiesbaden noch ein Barcamp zu interner Kommunikation und Kollaboration, Icoco nennt sich das, am 19.11. in Wiesbaden. So, wir möchten uns anmelden. Ernsthaft? Also das knackt keiner. Das ist dieses Mädchen, was Passwörter würfelt. Die war da dran. Ja, wir möchten uns bei allen Speakern heute nochmal ganz herzlich bedanken für wirklich tolle Panels, die sie hier gehalten haben. Vielen Dank. Einen großen Applaus bitte nochmal für alle, die hier oben waren. Auch unsere 5-Minuten-Talker. Und wir möchten uns auch bei euch allen bedanken, dass ihr so zahlreich gekommen seid zum ersten Wettmontag hier in Darmstadt. Ihr habt den Laden voll gemacht und das ist auch ein Riesenapplaus wert. Aber so eine Organisation eines Wettmontags, das kostet immer viel Zeit und auch viel Geld und deshalb möchten wir an dieser Stelle Mühe vor allen Dingen Mühen und deshalb möchten wir an dieser Stelle auch nochmal allen Sponsoren einzeln recht herzlich danken. Das wären zum einen die Wissenschaftsstadt Darmstadt, die ja immer viele Projekte fördert hier in Darmstadt und auch wichtige IT-Projekte fördert und den Standort so zu einem wichtigen IT-Standort im Rhein-Main-Gebiet macht. Dann das Haus auf IT, das sich interdisziplinäre Vernetzung auf die Karte geschrieben hat. Dann haben wir die Mitfahr-App Flink, die uns unterstützt hat, die Mobilität und Internet so klug miteinander verbindet und auch hier aus Darmstadt kommt. Sehr schön. Dann haben wir Silver ERP, die sich für Übersichtlichkeit, Schnelligkeit in Sachen ERP-Systeme stark machen. Dann haben wir Accessio, die sich auf Konzeptionierung und Umsetzung von Strategie- und IT-Projekten spezialisiert haben. Die Hochschule Rhein-Main, wir hatten heute die Hochschule Darmstadt hier oben auf dem Podium, aber auch die Hochschule Rhein-Main hat uns unterstützt. Die hat auch ein breit gefächertes Studienangebot, auch in Sachen IT. Die IT und Media Future Congress, der sich in diesem Jahr um das Fokusthema Business 4.0 kümmert. Dann haben wir PCE-Net, die schon seit 1996 für hochwertige IT-Services stehen. Dann hatten wir heute schon auf der Bühne zwei Mitarbeiter von der Agentur Unterschied und Macher. Die Frankfurter Digitalagentur, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, mehr machen, weniger labern. Dann nochmal ein großes Dankeschön an das Kongresszentrum Darmstadtium, die uns hier heute mit einem Highspeed-WLAN versorgt haben und so auch dafür gesorgt haben, dass unser Hashtag WEMODA Trending Topic heute war. Das ist auch super. Vielen Dank dann noch an Ziebenbit, die uns diese tolle interaktive Software zur Verfügung gestellt haben, dass auch Leute aus dem Livestream hier Fragen stellen können und die tatsächlich ankommen. Und ja, zu guter Letzt, Stefan Holzem, wo ist er? Der so wunderschöne Fotos gemacht hat. Vielen, vielen Dank dafür. Also wirklich klasse. Eine tolle Veranstaltung und eine tolle Unterstützung, die wir hier erfahren haben für den ersten Webmontag in Darmstadt. Und jetzt kommen wir zu den Leuten, den Agenturen, die sich dafür stark gemacht haben, dass es diesen Webmontag überhaupt gegeben hat und an die möchten wir auch einen ganz besonderen Dank richten. Das ist einmal Kamao, das ist ION 2S, das ist die Profilwerkstatt, Quäntchen und Glück, Schumacher, visuelle Kommunikation, Vollbild, audiovisuell und V-Sonics. Und damit alle diesen Dank hier erfahren können, möchte ich jetzt die Leute, die mitgeholfen haben, diesen Webmontag zu dem zu machen, was er geworden ist, bitte auf die Bühne zu kommen. Alle mal hochkommen. Das ist wirklich spitze, was diese Leute hier in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben. Und wir möchten ein ganz besonderes Dankeschön an unsere erste Vorsitzende auch nochmal richten, an die Anna, die wirklich einen super Job gemacht hat über die ganze Zeit und die Leute immer wieder dazu angehalten hat, dass es auch funktioniert und das hat funktioniert. Anna. Applaus Und wenn ich nicht ganz falsch geplant habe, sind wir fertig. Ja, aber wir haben noch eine Sache, der Kerstin hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht. Wir wollen eigentlich gerne noch ein Selfie machen mit dem kompletten Publikum im Rücken. Das machen wir. Wer Selfie hat? Jeder eins? Ja. Na gut. Auf geht's. Ach, und dann gibt es auch unten Getränke in der Lounge. Und ich habe immer noch dieses Parkticket. Das ist kürzer als meins, also ich nehme es dann am Ende vom Abend, gell? Jawohl, danke. Hallo. Großen Dank an die Moderatoren übrigens. Dankeschön. Vielen Dank.